Liebe Studierende, da das kommende Semester in einer hybriden Form stattfinden wird, also sowohl digital als auch teilweise in Präsenz, möchten wir vom Career Service Sie hier kurz auf unser breit gefächertes Angebot rund um Profilbildung, Berufsorientierung und Einstieg aufmerksam machen und Ihnen mitteilen, wo Sie die entsprechenden Informationen finden, beziehungsweise wie Sie uns am einfachsten erreichen können. Alle Informationen finden Sie auch immer auf unserer Homepage. Viele von Ihnen haben im September, Oktober bereits an unserem Softcast-Kursen teilgenommen. Sie bieten weiterhin fast alle Kurse als interaktive Webkurse an. Informationen zu unserem Hörsangebot und zu weiteren Veranstaltungen und auch zur Berufsorientierung, zum Bericht Einstieg, finden Sie auf unserer Homepage zur Linktäglich-Campagne. Wir bieten Ihnen nach wie vor persönliche Beratungen an, per Telefon, über das Web und soweit möglich, auch gerne wieder vor Ort in unseren Büros. Sollten Sie also Fragen zur Berufsorientierung, zum Berufseinstieg oder zur Profilbildung haben, schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an die eingeblendete Adresse. Gemeinsam finden wir einen passenden Termin. Und nun starten Sie gut im Semester. Bleiben Sie gesund!